Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich meinen Kollegen Heinz May zitieren darf, das Ergebnis aus Potsdam spottet jeder Beschreibung. Es ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes. Mit anderen Worten, der öffentlichen Dienst wird glatt mit Füßen getreten. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist einer der Gründe, warum ihr auf jeden Fall zum Streik kommen solltet. Wir zählen auf euch. Ich streike, um der Solidargemeinschaft Stärke und Rückhalt zu geben. Ganz nach dem Motto der drei Muskeltiere. Einer für alle und alle für ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erwarten Respekt vom Bürger, aber auch Respekt von unserem Arbeitgeber. Und das, was die Tarifgemeinschaft deutscher Länder gerade in diesen Tarifverhandlungen von sich gibt und wie sie mit uns umgehen, ist weit weg von Respekt. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehen wir gemeinsam auf die Straße, um uns diesen Respekt einzufordern. Streiken kann ich leider nicht, denn ich bin Beamtin. Aber ich werde eins tun, ich gehe mit auf die Straße und werde demonstrieren. Denn letztendlich ist das Ergebnis auch für mich interessant. Und ich werde Respekt zeigen und mit meinen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam solidarisch handeln. Also, wir sehen uns. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit über 20 Jahren nehme ich aktiv an Tarifverhandlungen teil. Seit über 20 Jahren wirft mir der Arbeitgeber vor, dass wir als Gewerkschaften keine Leute mehr auf die Straße bekommen. Seit über 20 Jahren hängt davon der Abschluss entschieden ab. Liebe Kollegen, auch du bist gemeint. Ihr müsst am Streik teilnehmen. Nur wenn wir Stärke zeigen und wenn wir Masse auf der Straße zeigen, nur dann können wir etwas bewegen. Und jeder Kollege, jede Kollegin, die nicht mit auf die Straße kommt, die nicht am Warnstreik teilnimmt, die haben das Recht am Meckern hinterher abgegeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kommt mit zum Streik. Jeder einzelne von euch, nur so zeigen wir gemeinsam Stärke. Ich zähle auf euch. Und liebe Kollegen, man mag es kaum glauben, auch auf Twitter kann man uns folgen. Bist ihr Bescheid? Bist ihr Bescheid?